Kennt ihr bereits die Banshee? Die Banshee wird oft auch als Todesfee betitelt. Sie ist eine Kreatur aus der irischen Folklore und wird oft mit langem, wallenden Haar und in einem langen, fließenden Gewand dargestellt. Sie ist als Geist oder auch Todesomen bekannt und mit ihrem Schrei königt die Banshee den Tod eines Familienmitglieds an. Manche sehen sie als böses Omen oder als eine Vorbotin des Todes. Andere sehen sie als eine Art Wächter, die Menschen auf ihren bevorstehenden Tod vorbereiten soll.